Cheerio, meine lieben Reisenden! Willkommen zurück zu Enderreft! So, nachdem ich meine Stimme jetzt mal wieder ein bisschen gedingst habe... Was wird denn hier gesäuft? Und gegebenen... Ich weiß, dass ich jetzt schlafe. Also langsam reizt es mir hier. So, also 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das reicht. Ja, nachdem wir gestern wieder eine ganze Weile Bücher gelesen haben... Und ich meine Stimme jetzt mal so ein bisschen noch erholt habe, bevor ich jetzt weiter aufnehme. Leute, es ist 5 Uhr morgens. Und alle sitzen hier und saufen. Es ist morgens! Ich gehe. Säufer und Tier, Jointraucher. Frühmorgens um halb sieben. Geht gar nicht. So, ich habe die Grafik wieder ein bisschen angepasst. Also haben wir mal ein bisschen geändert. Schauen wir mal, ob es vielleicht ein bisschen besser aussieht. Handwerker, alles klar. So. Ich wollte gerne zum Handels... Zum Handelsviertel, also Marktplatz. So. Richtig. So ist das eben. Genau, hier geht es nach draußen. Sau, hast du euch gehört. Was bist du denn? Okay. Was wird euch? Ehe, dass ich bei einem Chilen anheuer, trete ich nackt vor die Truschessa und singe ihren Liebeslied. Aber ich glaube nicht, dass der Professor gefallen würde. Was ich meine. Bleib fern vom chileanischen Händlern. Die lullen dich ein mit netten Worten und großen Versprechen. Und ehe du dich versiehst, dass du dein Kreuz und deinen Vertrag ersetzt, der dich dein Leben lang zu ihrem Sklaven macht. Ja, ja. Oh, guck mal, hier können wir mal ein bisschen Leder herstellen. Lederhaut. Den haben wir ja schon, ne? Das wäre was für uns, wenn ich die verzaubern würde. Sechs Lederhaut. Können wir leider nicht... Doch, können wir ja. So, hier auch. Worum wir Lederdings herhaben. So. Äh, jetzt brauchen wir nur viermal Lederstreifen. Ah, stopp. Nein. Hier. Perfekt. Was brauchen wir für den Lederhelm? Nochmal Lederstreifen. Nein. Da. So, und die würde ich dann irgendwann mal demnächst dann mal verzaubern. Aber dafür müssen wir den ans Adelsviertel. Da geht's nach Herzland. Das will ja, da will ich ja nicht hin. Hier wurde ein Huhn geschlachtet. Oh, ich seh schon, wie du das... Also ich seh schon, dass es an den FPS frisst. An der Bitrate, die Grafikumstellung. Ah, Marktplatz. Das sieht gut aus. Was mich so ein bisschen nervt, ich weiß echt nicht, wie ich das wünsche. Also wie gesagt, wenn ihr mal eine Ahnung habt, wie man es perfekt einstellen kann, dann bitte raus damit. Ich weiß es leider nicht. Ich hab's schon rumprobiert. Wieso? Wieso ist denn dein Kopf so komisch? Richtig. Hier ist ein Archimitisch. So. Kann ich noch ein bisschen was an Lebensenergie wiederherstellen? Ja, können wir. Ja. Und Mana wiederherstellen wir natürlich auch gerne mit. Sehr schön. So. Ein Verzauberer gibt's hier nicht, ne? Dann befinden wir es hier ja wie gesagt... Ins Adelsviertel. Südviertel. Wie geht's ins Südviertel? Ach, hier gibt's die Bank. Stimmt, das heißt aber, man kann irgendwie Geld einzahlen. Das wird dann nach und nach wieder mehr durch Zinsen und so. Hallo. Hallo? Ist noch zu früh, wa? Hi. Was denn? Was denn? Wieso muss ich noch weggehen? Ja, ja. Das kennen wir ja schon. Huch. Hallo? Zellentür? Echt mal. Malfa's zum Gruß. Oh, ich auch. Finde ich gut, dass er gerade gemeckert hat. Äh, äh, äh. Also, Malfa's zum Gruß. Hi. Alles klar? Okay, der Meisterschlüssel bedeutet wohl... Der Meisterkram bedeutet wohl... Okay, der hat nur eine Fackel dabei. Der Schlüssel, also Meisterschlüssel, heißt wohl einfach, dass da... ...wahrscheinlich Geld und so lagert. Also, uns... Wir merken uns, wenn wir irgendwann mal... Gut, dann gehe ich jetzt einfach. Ähm, wir merken uns also, wenn... ...wenn wir... Ah, guck mal hier. Unsere sichere Truhe. Aber ich würde gerne unser... ...Jetzt auch verarbeiten. Hi. Ich? Äh, was denn? Ach, ähm... Ach, ähm... Ach, ähm... ...wahrt so die spontane Frage. Eure Leo... ...Lederwahn... ...Schneiderei... ...weil... ...Wachturm... ...weil... ...Wie gesagt... ...FPAs einbußen wieder... ...Es ist nicht meine Schuld. Ich versuch's ja mit den... ...Mit den... ...Grafik-Lehren, aber... ...Eisen einschmelzen. ...So... ...Tab... ...Tab... ...So... ...Kann sogar Sachen eins... ...Ja, sage ich nicht, schnell zerlegen. Was willst du denn zerlegen? Ah, okay... ...Spitzsacke, nein... ...Messer. ...Mit den Haltverlag... ...brauche ich ja auch... ...feine Armbinde... ...Lederharnisch, Lederharnisch... ...Lederhelm... ...Nein. Aber danke. Ah, jetzt für die Schmiede hier... ...Jetzt haben wir zwar... ...den Dings hier... ...Hier ist ne Werkbank, ja... ...Au, das führt die Schmiede. Guck mal, jetzt haben wir hier... ...Dings... ...Hier haben wir den... ...den Schleifer. Ach da. Mhm. Dann geht's auch zum Hafen. Bis was, ich schleife mal... ...undere Axt, die wir dabei haben. Kann ich nicht, weil... ...Mein Talent noch nicht so gut ist. Alles klar. Mein Schmiedetalent ist noch nicht so gut. Genau, so funktioniert die Welt. Dann werde ich jetzt mal zum... Ja? Hi. Dann werde ich jetzt noch mal... ...zur Kiste gehen. Wo war die Kiste denn jetzt? Da ist sie. So, und da lege ich jetzt mal... ...all unsere Sachen hinein. Unsere... ...Unsere Barren. Ich weiß nicht, ob ich die Barren dann auch behalte oder so. Ich pack die einfach mal hier jetzt hier rein. Hier die Korodum-Barren. Das hier... ...Eisen-Barren rein da. ...Unsere Barren... ...Granat-Stein. ...Granat-Stein. ...Huf-Eisen. Mhm, mhm, mhm. Makellose. Dann... ...die Quecksilber-Barren. So, noch irgendwas. Das ist alles Kram, den wir irgendwie verkaufen mal können. Wenn der der Markt mal aufmachen würde. Ähm... ...Oh Gott. Adelsviertel. Ich will zum Verzauberer. Manche Sachen bilden Synergien. Er zeigt, wenn er Fütze mit Schatz und Zungenöwen entzündet und schließt mit Feuerpfeil. So, hallo. Einen Obonus. Der Herr wird es euch vergüten. Arreicht doch schon mal. Hier. Danke. Ihr seid ein wahrhaft guter Mensch. Bing. Verzauberer? Nein, Arche-Mist. Ah. Krieg, Verlobene und Chaos überall. Egelwaren. Ja, ja, ja. Quatsch, jemand anhand voll. Ja? Hi. Ich... Ich suche Alchemie. Zum fetten Leoren, alles klar. Ihr seid nicht von hier, was? Nein. In letzter Zeit geht es hier drunter und drüber. Dankeschön für die Warnung. Hm? Schreitet wohl. Ebenso. Mal fast zum Gruß, Mieser. Kann ich euch für meine erlesene Bücher auswahl begeistern? Nein. Ich suche gerade den Verzauberer. Urayas Haus wäre Urayas auch meist. Schreitet. Ebenso. Ebenso. Das ist Badehaus. Alles klar. Ich gehe mal in die Reis aus. Ich werde, glaube ich, die Grafik dann auch mal wieder ein bisschen runtersetzen. Ähm. Na, komm schon. Wetter. Verdammt noch eins. So. Na, sowas. Besuch. Wie schön. Was wollt ihr? Seid ihr wegen des Aushangs da? Äh. Was für ein Aushang? Na, großartig. Und ich dachte schon, jemand hätte ihn ausnahmsweise mal gelesen. Aber nein, solange es nicht um Minnesang und schöne Frauen geht, interessiert das natürlich niemanden. Ich suche einen, äh, Abenteurer. Ein Abenteurer. Jemand, der bereit ist, eine äußerst dringliche Aufgabe für Horst und mich zu übernehmen. Horst? Horst? Ja, Horst. Und nein, das ist nicht mein imaginärer Freund, sondern dieses prachtvolle Exemplar endraläischer Schmelzkunst und sternlingscher Genialität hier neben mir. Mein persönlicher Zenturio. Und bald mein neuer Körper. Äh, was? Ich fürchte, ich kann euch nicht ganz folgen. Diese Maschine, dieser Horst, das ist euer neuer Körper? Ja. Stahl statt Fleisch. Energie statt Blut. Weg mit dieser unnützen Hülle und ihrer jämmerlichen Vergänglichkeit. In Horsts Körper werde ich ewig leben. Aber warum Horst? Ihr wollt euch also mit dieser Maschine was verbinden? Wie soll das gehen? Ach, das würdet ihr nicht mal verstehen, wenn ihr 15 Jahre bei mir in Leere gewesen wärt. Stellt es euch einfach so vor, dass ich mein, äh, Bewusstsein, meine Seele in die Maschine übertrage. In Horst. Ich werde zu ihr. Apotheose. So nennen die Gelehrten aus Kyra das. Der Aufstieg des Menschen zu mehr. Zu einer Gottheit. Um eure Worte zu verwenden. Übrigens die einzig sinnvolle Antwort auf das, was auf der Welt momentan passiert, wenn ihr mich fragt. Okay. Wie meint ihr das? Ach, roter Wahnsinn. Tod der Lichtgeborenen. Man muss kein Magister sein, um zu sehen, dass etwas in dieser Welt passiert. Okay. Sie geht den Bach runter. Und anders als der Heilige Orden mit seinen neuerdings nerimesischen Magierfreunden, halte ich nichts davon zu versuchen, dererlei Bedrohungen einfach wegzubeten. Wir müssen uns ändern, wir menschlichen Wesen. Die Apotheose, die Auflösung des Organischen, ist der erste Schritt dahin. Aha. Verstehe. Und wie kann ich euch helfen? Dies und das. Erledigungen, eine helfende Hand, Dinge, für die eure groben Hände besser geeignet sind als die meinen. Zuerst einmal müssen wir meine Assistentin wiederfinden, Patira. Eure Assistentin ist verschwunden? Wohin? Ich schätze mal, sie ist mit einem regenbogenfarbenen Einhorn nach Alt-Hinter-Aranath geflogen. Ich weiß nicht, wo sie ist, sonst würde ich euch doch nicht um Hilfe bitten. Zur Vollendung braucht Horst noch etwas Bestimmtes, eine Art Steuerungseinheit. Wir haben recherchiert und herausgefunden, dass Dal Marak und seine Kohorten in Talgard mit ähnlicher Maschinerie experimentiert haben. Tja, und obwohl ich eigentlich ein, zwei Söldner als Geleitschutz mitschicken wollte, bestand Patira darauf, alleine zu gehen. Und siehe da, oh Wunder, natürlich habe ich seither nichts mehr von ihr gehört. Also ist Patira alleine nach Talgard gereist. Und ist das wirklich, ist das gefährlich? Was ist dieses Talgard? Talgard ist ein Ort, den eigentlich nur erfahrene Abenteurer oder eben selbstmordgefährdete Idioten bereisen. Wie kann ich das möglichst kurz zusammenfassen? Dal Marak, sagt euch der Name was? Das war ein Arkanist, der vor rund 2000 Jahren lebte. Damals plante der Orden, eine zweite große Stadt zu bauen, dort, wo sich heute Goldenforst befindet. Malav, so sollte sie heißen. Und sie sollte arg in ihrer Glorie ebenbürtig sein. Aber wie sich herausstellte, war die Gegend ziemlich unfruchtbar. Und kaum drei Jahre nach der ersten Gründung riet der Orden, die Siedlungen wieder zu verlassen. Und wie das nun mal so ist mit eitlen Persönlichkeiten, gefiel das Dal Marak gar nicht. Malav war sein Traum. Und deshalb begann er mit immer gefährlicheren Mitteln daran festzuhalten. Eines davon war das Sonnenrad. Eine alte, pyräische Konstruktion, die aus Wüstenboden Graslandschaften machen können sollte. Und tja, den Rest könnt ihr euch denken. Eines Nachts gab es einen grellen Lichtblitz. Und seither ist Talgard verpestet. Außer ein paar Tieren und den Sonnengeborenen lebt dort niemand mehr. Goldenforst war anfangs auch davon betroffen. Aber hat sich mittlerweile wieder erholt. Also, Spatira allein nach Talgard gereist. Ist das nicht gefährlich? Doch, natürlich. Aber sie wollte es sich nicht ausreden lassen. Ihr wisst schon. Typus einsame Wölfin und so weiter. Wenn ihr Spatira findet, wird das nicht zu eurem Nachteil sein. Und wenn ihr die Steuerungseinheit für Horst gleich mitbringt, gibt es einen Aufschlag. Hier, ich zeichne euch den Ort, an dem Spatira das Expeditionslager errichten sollte, auf der Karte ein. Und sterbt bitte nicht. Ich weiß nicht, wie ich sonst Horst jemals zum Laufen bekommen soll. Ich komme auf den Namen nicht klar. Warum nennt er das dicke Ding Horst? Darf ich mich hier bedienen? Ich will keine leeren Weinflaschen stehlen. Den interessiert das sowieso nicht, der Bauter hinten. Und solange diese Partierer ja nicht da ist. Großes Kiesisch, der Kieserad. Bananenschnaps. Alles klar. Ein Brezel. Oh, auf den Brezel hätte ich jetzt auch Bock. Amphore. Ah, Landschaften Endures, die Bauernküste. Neh ich mal mit. Können wir bei Zeiten ja mal lesen. Blauer Quarz. Da sind ein paar Münzen. Sonst noch hier irgendwas. Edle Schuhe. Okay. Hier gibt es keinen zweiten Stock, so oder? Bücher. Oh, ein Bericht eines unbekannten Reisenden. Lass dich nicht stören. Nötig Schlüssel. Der steht da voll in der Pfütze von Feuer. So, ich habe jetzt nochmal gespeichert. Entschuldigt, ich muss das machen. Ihr wisst, was ich machen will, ne? Nichts? Nö. Alles klar. Nein. Ich wollte nicht mit dir reden. Dreh dich um. Okay, hier ist nichts sonst. Das alten Volke ist eigentlich ja Dreamer, aber... Nein! Okay. Dann gehe ich jetzt wieder. Hä? Hä? Alles klar. So. Ich habe immer noch nicht den Verzauberer gefunden. Ja, denke ich mir auch. Warte mal, Notiz. Dann ersucht einer und jetzt sind bei Sil... Was? Interesse an diesem Haus? Oh, wir können uns hier ein Haus kaufen, doch? Oh, das freut mich ja. Benötigt Schlüssel. Oh. Hm. Mir stellt das so ein bisschen. Er hat gesagt, der Verzauberer ist hier irgendwo. Ja, ja, ja. Ja. Hm. Okay, die waren interessiert nicht, ob man... Ah, das hört sich gut an. Hallo. Bitte lasst das Reim sein. Ja. Äh, gut. Sind das nicht die, die wir tragen derzeit? Eigentlich schon. Ist auch leichte Rüstung, von daher ist das in Ordnung. So. Richtig, sehr schön. Okay. Ähm. Äh, nein. Festigen. Ah, gut. Dann den Lederharnisch. Fürs Festigen der Mana-Regeneration. Dann... Seelen des Aura-Steindiebes. Gleich herstellen. Wuhu. Können wir die auch umbenennen? Hätte ich vielleicht vorher machen sollen, wa? Ja, naja, egal. So, wir haben ja noch den Helm. Ähm, da. Lederhelm. Festigen Mana-Regeneration. Kleiner Seelenstein. Warte mal. Äh. Mana-Helm nenne ich den mal. So, herstellen. Sehr schön. Ja, für den Rest haben wir leider nichts mehr. Also, ich hab ja... Mir fehlen die Seelensteine da noch, so. Vielleicht hat die ja im Verkauf auch was. So, und die rüsten wir jetzt aus. Dann haben wir ein bisschen mehr Rüstung. Alter, ich hab so viel hier. Ich wollte gerade sagen, hallo. So. Ähm. Oh, das haben wir noch nicht, ne? Aber so, so Quatsch. So, hier. Das will ich haben. Wo ist mein Helm? Mein Mana-Helm. Da ist er. Sehr schön. Yeah. Jetzt wird so ein schöner Abenteurer. Hi. Ähm. Haben wir. Ähm. Das ist doch schön. Zeigt mir mal, was euer Angewohnheit hat. Ich bitte euch, euch Zeit zu nehmen. Ach, was. Hör, bitte hör auf. So, hier eine alte... Nein, das ist ja wieder ihr Kram. Mann. So, hier. Eins kannst du haben. Dann. Das kannst du haben. Äh. Der alte Robe kannst du haben. Ich guck jetzt mal so ein bisschen, was ich verkaufe. Die Bücher können wir dann auch bei uns ein Haus stellen, wenn wir das mal kriegen. Ein Gold-Amulett. Das ist gut. Das ist ja 1700. Also von daher können wir ruhig kaufen. Ähm. Den Kör kaufe ich hier mal. Dann haben wir hier. Rezepte sind ja auch wichtig für uns. Hier ist der Silber-Rubin-Ring. Kann sie haben. Den wollte ich eigentlich auch zerlegen. Aber den verkaufe ich jetzt. Aber man kriegt richtig Kohle für. Die kann sie auch haben. So. Das war's schon. Da war wenig. So. Außen und außen festigen. Das ist ja Quatsch. So. Regeneriert. Das ist das. Das ist was, was ich haben will. Regeneration. Ähm. Naja. Nein. Das müssen wir gleich mal gucken. Also irgendwie. Hier ist der Zauberer und Lehrlinge vor allem. So. Gabriele. Was hast du vielleicht? Äh. Steine für mich. Ich hätte sehr, sehr gerne ein paar Steine. Warte ich ehrlich gesagt. Seelensteine und so. Gut, wenn die gefüllt werden. Allgemeiner Seelenstein. Das ist gut. Den nehme ich mal. Kleiner Seelenstein. Nein. Magie erfüllte Robe. Das sieht auch schick aus. Wie viel? 27 nur? Gucke ich mir gleich mal an. Was das hier nur 27 kostet. Wenn ich so gehe. Ich nehme mich mal mit. Gucke ich mir gleich mal an. Ja. Die Tränke sind so. Äh. 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 Dankeschön. So. Hier die Handschuhe vielleicht mal umzugestalten. Das wäre ja auch was Schickes. So. Einhandkampf. Mit allgemeiner Seele. Das sind dann Umbenennen. Das sind dann die Einhandschienen. So. Stell hier. Wunderbar. Warum stelle ich die eigentlich her? Ich weiß nicht, ob die besser sind als meine jetzigen. Ich habe Folterhandschuhe. Rüstung 7. So. Nein-Handschienen. Das ist natürlich noch das Gleiche. Wiegen aber wesentlich weniger. Gut. Euch kenne ich doch. Ihr seid so... Ja. Meine Waren wollt ihr sehen. Ich bitte euch, euch Zeit zu nehmen. Schnauze. Haha. Okay. Die kannst du im Grunde wiederhaben. Die brauche ich nicht. Die Handschuhe köpft sie mir aber nicht ab. Das ist beschäubt. Das ist blöd. Müssen wir also noch gleich nochmal woanders hin. Bitte mach den Mund... Pfff. Dieses Grinsen. Ja, Clown werden wir wahrscheinlich nicht können. Die ist leider ein bisschen zu aufmerksam hier. Das war jetzt ungewollt. Aber die hat zum Glück nicht hingeguckt. So. Ja, leider können wir nichts herstellen, was wir brauchen. Ja. Aber wenn man natürlich ein bisschen entdecken kann, ne? Indem wir andere Zutaten auch zusammenschlag-sch-packen hier. Bleibt immer da vorne. Ekle Kleidung brauche ich nicht. Uh. Bericht eines unbekannten Preisen denn. Hi. Alles in Ordnung? Pff. Hahaha. Sorry. So. Ich hatte ja auch ein Lehrbuch des... Dings gesehen. Da. Der Fingerfertigkeiten. Ihr könnt es dennoch verwenden. Jedoch wäre es sinnvoller, stets ein Lehrbuch zu lernen, die eurem Können in der Bewegung fertig hat. Ja. Möchte ich. Hi. Mist. Geh weg. Oh, schick. Uh, schick. Ich werde jetzt mal ein bisschen hier Sachen herstellen. Äh, Lebensenergie herstellen. Ach, siehst du mal, weil wir das Vogeleier da gekriegt haben. Okay, dafür brauchen wir halt Vogeleier auch dabei, guti. Okay, ähm, wie gesagt, ich... Die Wurzel müssen wir nur aufbewahren. Mana wieder herstellen. Sehr schön. Oh, können wir sogar einiges jetzt herstellen. Sehr schön. Dann... Nehmen wir mal Fischschuppen. Und Knoblauch. Und Krabenpanzer. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Großes Geweih. Hühnerei. Und Krabenpanzer. Okay, außer Herr Schöner war auch wieder. Das ist ja wunderbar. Nichts, okay. Hm, Wurzeln. Das und das. Nichts. Okay. Auch nichts. Fleckenpilz und Fischschuppe. Auch nichts. Gut. Feuersalze... Nein, Feuersalze-Exploplasma. Und... Glühstaub. Alles klar. Oh, hier, wir machen eine... Waren wir hierherstellen. So, wie wäre es dann mit Salz? Und da. Nein. Alles klar. Zack, zack. Nein, okay. Heilwurzbrähe. Okay, Handwerk kurz erheben. Das ist natürlich auch gut. Die Rattenhaus ist auch so... Irgendwie so... Nee. Menschliches Herz. Manerseits... Knochenmehl. So, wie gesagt, nur die Wurzeln da oben müssen wir wieder übrig behalten für... 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 Dingsbums. Für Ambrosia. Uh. Krabnpanzer. Knochenmehl. Und... Ah. Wir haben so viel von dem Kram hier irgendwie. Da haben wir schon mal. Ja, jetzt mal hier die ganze Zeit vergleichen. Das ist ja Quatsch. So, Schluss jetzt. Wir haben ordentlich was hergestellt. Das gefällt mir. So, hier. Komm mal her. Euch kenne ich doch. Ihr seid... Meine Waren wollt ihr sehen? Nein. Ich bitte euch, euch Zeit zu nehmen. Nein. So. Ähm. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Herstellen. Machen wir herstellen. Schädigen. Man... Falsch. Möchte ich nicht. Schädigen. Ausdauer. Nein, nein. Zürnen. Schockschaden. Äh. Ja. Sehr gut. Den habe ich jetzt überhaupt nicht benutzt. Aber auch in Ordnung. Sehr schön. Thank you very much. Jetzt müssen wir irgendwie nur noch irgendeinen Kremaladen finden oder so. Wie die immer mehr mit rauskommen. Das ist so irritierend meistens. So. Wo war denn der... Wegweiser? Ich würde nicht sehr gerne nochmal wieder ins Marktviertel gehen. Das Badehaus. So wollte ich ja nicht hin. Ich frage gar nicht, was hier passiert. Ich frage gar nicht. Ich gehe einfach. Äh, so. Macht Platz. Ich würde zu einem Kremaladen. Ich will... Äh. Oh. Ich will da erstmal die Folge beenden, sehe ich gerade. Ja, Leute. Ich würde sagen, das war's dann mal. Deine Worte, oh ehrenwerte Bewohner dieser heiligen Stadt. Ein Wunder ist geschehen. Ein Wunder, das auf seiner Globier... Genau. Ich werde jetzt aber erstmal das Wunder hier beenden und mal kurz ein Dank machen. Ein Screenshot. So, Leute. Ich bin der Video-Folge dann für heute. Wäre so, wenn ihr den Part bewerten könntet. Denkt an den roten Knopf unter dem Video. Und beim nächsten Mal schauen wir mal, ob es was bringt, die, die, die... Ja, die Grafik wieder ein bisschen... Die Grafik halt herabzustellen, damit das hier mit der Bildrate wieder besser wird. Sonst habe ich leider keine Ahnung. Wie gesagt, Tipps dazu gerne immer in die Kommentare. Ich bin dankbar für jede Hilfe dabei. Also, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.